Als Kind war mein großes Vorbild im Fernsehen. Mein großes Vorbild im Fernsehen war, es gab mehrere im Fernsehen. Es gab Bud und Sandy, die beiden aus Flipper. Es gab Camillo Felgen, den Moderator von Spiel ohne Grenzen. Klaus Hafenstein war auch ein Riesenvorbild von mir. Und Günter Siefahrt, der Moderator, der die Mondlandung moderiert hat. Dem habe ich an den Lippen gehangen. Diese Werbung hat mich beeindruckt. Am meisten beeindruckt hat mich das HB-Männchen. Wer will denn gleich in die Luft gehen oder wer wird denn gleich in die Luft gehen? Die ganze Zeit pumpt er sich auf und dann irgendwann geht er ab durch die Decke wie eine Rakete. Das fanden wir immer super. Erst im Fernsehen, dann später im Kino. Wir haben immer gelacht. Diesen TV-Moment werde ich nie vergessen. Ich werde nie vergessen, wie ich die Mondlandung im Fernsehen verfolgt habe. Und zwar von der ersten bis zur letzten Sekunde. Vom Start und den natürlich auch vielen anderen Starts von anderen Raketen vorher. Vom Start der Apollo-11-Rakete, dann im Juli 1969 bis hin zur Landung und dann auch wieder bis zur Rückkehr. Ganz besonders aber diese ersten Schritte auf den Mond, als mich mein Vater geweckt hat, wie so viele andere Jungs. Ich war knapp elf Jahre alt, hat er gesagt, das muss ich meinem Kind zeigen. Und ich bin ihm bis zum heutigen Tage dankbar, dass er mich geweckt hat. Ich war dabei. Heute gucke ich am liebsten? Heute gucke ich im Fernsehen am liebsten Dinge, bei denen ich entspannen kann. Ich gucke den ganzen Tag über schon Fernsehen im Büro, also sehr viele Nachrichten logischerweise. Und entspannen kann ich mich gut bei Sportsendungen, also ob das Formel 1 ist oder Golf oder Tennis oder Fußball. Also Sport ist für mich schon etwas, wo ich sage, da freue ich mich drauf, wenn ich weiß, das kann ich abends gucken. Das ist noch schöner als ein gemütlicher Fernsehabend. Noch schöner als ein gemütlicher Fernsehabend ist es, mit Frau und Freunden draußen zu sein, Sport zu treiben, Wandern zu gehen, Golf zu spielen, Tennis zu spielen, Rad zu fahren und dann hinterher auf einer schönen Terrasse mit Blick auf Ich-weiß-es-nicht-was. Ein schönes Tal, einen Fluss oder eine schöne Landschaft, ein Glas Wein zu trinken, miteinander zu plauschen. Großartig. Ein Film über mein Leben hätte den Titel? Der Film über mein Leben hätte den Titel? Der Mann, der aus dem Grünen kam. Man sieht es nicht, aber es ist alles grün um mich herum. Und die Hauptrolle spielen sollte? Und die Hauptrolle würde spielen Horst Schlemmer. Ja, Schätzlichen.